Die Schlacht bei Jena und Auerstedt fand während des Vierten Koalitionskrieges am 14. Oktober 1806 in der Nähe der Orte Jena und Auerstedt statt. Die preußische Armee elit zwei schwere Niederlagen gegen die französischen Truppen. Napoleon Bonaparte schlug am 14. Oktober 1806 mit seiner zahlenmäßig überlegenen Hauptarmee Die preußisch-sächsische Armeeabteilung Hohenlohe bei Jena während zur gleichen Zeit ca. 25 km entfernt Marschall der V. Out mit seinem Chor die ihm zahlenmäßig deutlich überlegene preußische Hauptarmee unter dem Herzog von Braunschweig bei Auerstedt schlagen konnte. In älteren Quellen heißt es statt Schlacht bei Jena und Auerstedt auch Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt. Beide Begriffe lassen nicht erkennen, dass sowohl die Franzosen als auch die Preußen so gut wie keine Kenntnis von den zeitlich parallel verlaufenden Schlachten hatten. Allerdings kann keine der beiden Schlachten unter Ausschluss der anderen betrachtet werden. Vorgeschichte Nach dem überragenden Sieg über die Verbündeten Heere Russlands und Österreichs in der Schlacht bei Austerlitz am 2. Dezember 1805 Diktierte Napoleon immer mehr die europäische Politik und Aufteilung der Frieden von Pressburg am 26. Dezember 1805 den Kaiser Franz II. unterzeichnen musste, beinhaltete weite Gebietsverluste der Habsburger in Süddeutschland und in Italien zugunsten Frankreichs und seinen Verbündeten wie Bayern, Baden, Württemberg sowie des Königreichs Italien. In der Neuordnung Europas durch Napoleon wurden Bayern und Württemberg zu Königreichen aufgewertet, Baden, Hessen und Berg zu Großherzogtümern. Napoleon ließ seine Truppen in Mitteleuropa und in Italien stehen, um seine Politik mit militärischem Druck zu unterstreichen. Napoleons Brüder Josef und Louis wurden zu Königen von Neapel bzw. von Holland ernannt. Napoleons Schwager Murat wurde Großherzog von Berg. Unter französischem Protektorat gründete sich dann am 26. Juli der Rheinbund durch 16 deutsche Fürstentümer, die aus dem Deutschen Reich austraten. Auf Napoleons Druck hinlegte am 6. August 1806 Franz II. die Kaiserwürde des Heiligen Römischen Reichs nieder. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation hörte auf zu bestehen. Auch auf Preußens Politik nahm Napoleon immer mehr Einfluss. Um Preußens Neutralität im Konflikt mit England, Österreich und Russland zu erreichen, bot Napoleon das Kurfürstentum Hannover als unterpfahrend an. Als das französische 1. Korps unter Marschall Jean-Baptiste Bernadotte der seit Juni 1804 Hannover verwaltet hatte, auf dem Zug gegen Süden auf Befehl Napoleons hin die Grenze der preußischen Maggrafschaft Ansbach verletzte und es durchquerte, wurde das verlassene Hannover durch die Preußen besetzt und den Russen wurde der Durchmarsch durch preußisches Gebiet gestattet. Preußen wollte eigentlich fordern, dass Napoleon die Kronen Frankreichs und Italiens trennt, sowie die Neutralität der Schweiz und der Niederlande anerkennt. Nach der Schlacht von Austerlitz kam es jedoch nicht mehr dazu. Der preußische Kabinettsminister Haukwitz, der zusätzlich die geheime Weisung zur Friedenshaltung durch seinen König hatte, stimmte am 15. Dezember 1805 in Schönbrunn, wo Napoleon residierte, einem Bündnisvertrag mit Frankreich zu. Dieser sah auch die Übergabe preußischer Besitzungen wie die Maggrafschaft Ansbach an das mit Frankreich verbündete Bayern und das Herzogtum Kleve, und das Fürstentum Neunburg an Frankreich vor. Im Gegenzug sollte Preußen Hannover und für Ansbach eine kleine Region bei Bayreuth erhalten. Der Besitz Hannovers, welches eigentlich in Personalunion mit Großbritannien stand, stellte für Preußen ein Problem dar. Da es sich damit gegen England gestellt hätte, Preußen versuchte den Besitz nur als vorübergehende Verwaltung bzw. Pfand darzustellen, bis es Hannover in einem Friedensvertrag wirklich erhalten könne und wollte auch die Landabtretungen so lange zurückgestellt wissen. Allerdings zwang Napoleon Preußen mit Kriegsdrohungen in einer Nachverhandlung schärfere Bedingungen auf als zuvor. Die Gebietsübergaben sollten schneller erfolgen, wobei Ansbach an Bayern ohne Gegenleistung übergeben werden sollte und die Grafschaft Wallangin zusätzlich an Frankreich fiel. In diesem Vertrag von Paris am 15. Februar 1806 musste Hannover mit voller Souveränität vereinnahmt werden und Preußen sollte alle Häfen für englische Schiffe sperren. Dies hatte zur Folge, dass England und Schweden Preußen den Krieg erklärten und die preußische Handelsflotte bekämpften und vernichteten. Mit weiterem Druck schaffte es Napoleon auch den preußischen Außenminister Hardenberg, den er für einen Gegner hielt, aus dem Amt zu drängen und ihn durch Haugwitz ersetzen zu lassen. Kurz danach forderte Napoleon für das aus den Herzogtümern Kleve und Berg neu geschaffene Großherzogtum Berg, die zu Preußen gehörenden Abteien essen, werden und elten und annektierte preußischen Protest ignorierend. Die Festung Wesel, als kurz darauf der Rheinbund gegründet wurde, brachte Napoleon einen norddeutschen Bund unter Preußens Führung ins Gespräch, selbst mit Kaiser Krone für den preußischen König. Weder wurde Preußens Bemühen sonderlich unterstützt noch gab es große Erfolge. Nach dem Tod William Pitts, der ein entschiedener Gegner Napoleons war, übernahm der gemäßigtere WHIG Charles Fox das Amt des britischen Premierministers und Frankreich und England traten in neue, geheime Friedensverhandlungen ein. Als Preußen erfuhr, dass Frankreich England den Vorschlag gemacht hatte, Hannover wieder an das Vereinigte Königreich zurückzugeben, mobilisierte es ein Militär Anfang August. Preußens Ultimatum vom 26. August 1806 Napoleon solle seine Truppen bis zum 8. Oktober über den Rhein zurückführen, veranlasste diesen schließlich zum Handeln. Voraussetzungen Die preußische Armee hatte sich seit den Schlesischen Kriegen nicht wesentlich weiterentwickelt. Sie hielt an der überlieferten Ordnung der Linientaktik fest, teilte die Truppen erst kurz vor dem Krieg in Divisionen ein und war an das Zusammenspiel zwischen modernem Generalstab und Operationsführung nicht gewöhnt. Die Erfahrungen aus den Feldzügen am Rhein und in Polen waren von der alten Generalität größtenteils verdrängt worden, zumal das preußische Heer damals im Westen auf eine Revolutionsarmee im taktisch-strategischen Übergang getroffen war. Darüber hinaus besaßen in Preußen die Offiziere der jüngeren Generation im Heer noch wenig Einfluss. Außerdem handelte es sich bei der preußischen Armee um ein stehendes Heer alten Typs, in dem die Offiziere selten nach Leistung, sondern in der Regel nach ihrem Dienstalter befördert wurden. Auch war die Ausrüstung mangelhaft, da an vielen Gegenständen als Ergebnis der Kompaniewirtschaft gespart wurde. Das napoleonische Heer hingegen war kriegserfahren und durch die vorangegangenen Siege hoch motiviert. Es bestand aus jährlich ausgehobenen Wehrpflichtigen, obwohl Napoleon mit Rücksicht auf das französische Großbürgertum, das seine Herrschaft stützte, zahlreiche Befreiungen von der Wehrpflicht gestatten musste, die an Exemptionen des preußischen Kantonsystems erinnerten. Taktisch waren diese Truppen auf dem Stand ihrer Zeit, indem sie flexibel Schützentaktik, Kolonnentaktik und Linientaktik kombinierten. Ein flexibleres Bagage- und Verpflegungssystem machte das französische Heer beweglicher und schneller. Freilich artete es oft in Plünderungen aus, die die Zivilbevölkerung stark belasteten. Französische Sopaltern-Offiziere verfügten über keine Pferde, die Soldaten besaßen Wintermäntel anstelle von Zelten. Die Franzosen requirierten gegen Quittung vor Ort, die Preußen operierten mit einem Verpflegungsfuhrpark. Napoleons Soldaten waren also nicht durch einen umfangreichen Tross behindert und konnten deutlich höhere Marschgeschwindigkeiten erzielen. Der Feldzug bis zu den Schlachten Napoleon stieß mit seinen Truppen vom Main aus durch Thüringen auf die preußische Hauptstadt Berlin vor. Dadurch hoffte er, die preußische Armee zu einer Schlacht zwingen zu können und gleichzeitig die Sachsen von ihren Verbindungslinien abzuschneiden. Die Verbündeten Preußen und Sachsen hatten sich westlich der Saale versammelt, um flexibel auf Napoleons Angriff reagieren zu können. Egal ob er östlich oder westlich des Thüringer Waldes erfolgen würde, als sie von dem Vormarsch Napoleons aus Bayern erfuhren, entstand unter den Oberbefehlshabern ein zeitraubender Streit, ob ihre Kräfte besser westlich oder östlich der Saale zu sammeln seien, um die Wege nach Berlin und Dresden zu decken. Die Teilarmee des Generals Ernst von Rüchel sammelte sich bei Hannover und zog sich von dort aus über Göttingen und Mühlhausen näher an die Hauptarmee heran. Prinz Louis Ferdinand von Preußen sollte mit einer Vorhutabteilung den Saaleübergang bei Saalfeld decken. Am 10. Oktober wurde dieses Chor im Gefecht bei Saalfeld aufgerieben. Der Prinz fiel in einem Reiterkampf. Erst das Eingreifen von Infanterie unter Marschall Bernadotte entschied den Kampf zugunsten der Franzosen. Sie verloren rund 200 Soldaten, während die Preußen 500 Mann durch Tod, Verwundung und Gefangennahme verloren. Das Gefecht bei Schleitz war das erste größere Zusammentreffen preußischer und französischer Truppen in diesem Krieg. Die Truppen Napoleons gingen nun insbesondere östlich der Saale nach Norden vor, während sich die Verbündeten auf der westlichen Seite des Flusses sammelten. Am 12. Oktober beschlossen sie, einer Schlacht vorerst auszuweichen und mit der Hauptarmee schnell nach Norden zu ziehen, um nicht von Berlin abgeschnitten zu werden. Die Armeekorps der preußischen Generale Fürst zu Hohenow und Ernst von Rüchel blieben bei Jena und Weimar stehen, um den Marsch der Hauptkräfte unter Führung des Herzogs von Braunschweig in Richtung auf die Saaleübergänge bei Naumburg zu decken. Auch Napoleons Aufklärung versagte in diesen Tagen völlig. Er war sich nicht im Klaren darüber, wo sich die Streitmacht der Verbündeten befand, er vermutete sie bei Gera oder weiter nördlich. So sandte er Muratsreiter teilweise in Richtung Leipzig und die Chor von der Vaut und Berner dort nach Naumburg. Schließlich entdeckte Landesamt 13. die preußischen Truppen bei Jena. In der Annahme, dass dies die verbündete Hauptarmee sei, konzentrierte Napoleon seine Chor vor Jena und besetzte die Stadt sowie die wichtigen Höhen, insbesondere den Landgrafenberg und den Windknollen, von dem aus er seine Gegner rekognoszierte. Hatte es auch kleinere Gefechte zwischen den Truppen Landes und den Preußen nachmittags gegeben. So sahen letztere sich nicht in Gefahr und die Preußen kampierten auf der Hochebene. Sie hielten einen Angriff von der Seite des Landgrafenbergs her für unmöglich. Ah, weil man glaubte, dieser könne mit Kanonen von Jena aus nicht bestiegen werden. Napoleon befahl aber genau dies und seine Truppen arbeiteten die ganze Nacht daran, Geschütze den Landgrafen hinaufzuschaffen. In der Nacht zum 14. wurde der Vaut, der den Kösener Pass besetzt hatte, über Apolda nach Jena beordert. Er solle sich in die Richtung des Kanonendonners begeben. Allerdings endete der Brief. Wenn der Marschall Berner dort sich bei ihnen befindet, können sie gemeinsam marschieren. Aber der Kaiser hofft, dass er in der Stellung sein wird, die ihm angewiesen ist, bei Dornburg. Wenn sie sich Jena so weit genähert haben, dass man sie dort hören kann, geben sie einige Kanonenschüsse ab. Diese werden das Signal zum Angriff sein, wenn wir nicht gezwungen sind, früher damit anzufangen. Dieser Befehl, den Napoleon um ca. 22 Uhr schrieb und den der Vaut um 3 Uhr morgens am 14. Er hielt, zeigt, dass Napoleon sich noch nicht sicher war, ob er direkt morgens angreifen oder die Schlacht später stattfinden würde. Vermutlich die Kombination aus dem Erfolg die Kanonen auf den Landgrafen zu bekommen. Und des Überraschungsvorteils ließ Napoleon früh beginnen und er verzichtete auf der Vauts und Bernadottes Beteiligung zu Schlachtbeginn. Bernadott, der sich zwar in Narnburg befand, dessen Truppen aber schon auf dem Weg Richtung Dornburg kampierten, entschied weiterhin über Dornburg zu gehen. Als am nächsten Morgen der Kampf begann, stand Napoleons Hauptarmee nur das Gor Hohenohr gegenüber, während 22 Kilometer in nordöstlicher Richtung bei Hassenhausen das französische Korps der Vaut und vermutet auf die versammelte preußisch-sächsische Hauptarmee stieß. Bernadott hatte bei Dornburg das Problem, mit seinen Truppen von der Saalebrücke bis Dornburger 80 bis 100 Höhenmeter unter schweren Umständen zu überwinden und erreichte in der Folge beide Schlachtfelder nicht. Die Schlachten Die Schlacht bei Jena begann am 14. Oktober 1806 um etwa 6 Uhr morgens, nachdem die Franzosen nachts erfolgreich die Artillerie von Jena aus über einen Steilhau, den Steiger, auf den Land Grafenberg geschafft hatten, zur völligen Überraschung der Preußen. Erstaunlicherweise ist dies von der Jenenser Stadtbevölkerung weder den Preußen noch den sächsischen Verbündeten gemeldet worden. Rund 53.000 Preußen 38.000 davon unter dem Befehl Hohenlohes und 15.000 unter dem Befehl Rüchels und an die 95.900 französische Soldaten standen, sich gegenüber. Die Preußen Fürst Hohenlohe und der Herzog von Braunschweig der bei Auerstedt lag hatten an diesem Tag keine Schlacht erwartet. Wie schon an den Vortagen herrschte Nebel bis gegen 9 Uhr. Das Lager der Preußen war von Massenbach in Erwartung der Franzosen längs der Straße von Jena nach Weimar in Richtung Südwesten abgesteckt worden. Tatsächlich aber erfolgte der Angriff von Südosten her über den Steilabhang des Saaletals. Die Truppen des preußisch-sächsischen Gros sammelten sich deswegen erst spät und zögernd, als ihre Vorhutuntertauen ziehen schon längst massiv zurückgedrängt wurde. Der französische Angriff erfolgte gegen 6 Uhr vom Land Grafenberg und dem Windknollen bei Jena aus dem Nebel heraus mit überraschend starker Artillerie-Unterstützung. Er traf auf die preußische Vorhutuntertauen ziehen. Dieser befehligte sein eigenes Avantgarde-Detachin, das sich in den Vortagen kämpfend unter geringen Verlusten von Hof her zurückgezogen hatte. Zusätzlich war ihm der Befehl über die Reste der im Gefecht bei Saalfeld geschlagenen Vorhutes gefallenen Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, übertragen worden. Er befehligte also angeschlagene ungenügend vorbereitete Truppen. Napoleon befahl, die vorgeschobenen preußisch-sächsischen Stellungen erst bei den Dörfern Lützeroder und Kloswitz und danach bei Rüdigen und Leesten anzugreifen. Es gelang den französischen Truppen, diese Einheiten von dem nebeligen Schlachtfeld abzudrängen. Die Truppen Hohenlohes formierten sich gegen 9 Uhr mit Front in Richtung der Dörfer Isserstedt und 14 Heiligen und marschierten gegen 9 Uhr 30 Uhr ab. Isserstedt wurde zunächst zurückerobert. Auf Befehl Hohenlohes rückten die preußisch-sächsischen Truppen nahe an 14 Heiligen heran und beschossen es in Linie stehend und ohne Deckung. Diese schutzlose Stellung wurde eineinhalb Stunden, in denen die französische Infanterie und Artillerie auf die Truppen Hohenlohes feuerte. Beibehalten, weil Hohenlohe glaubte, nicht ohne die Unterstützung Rüchels angreifen zu können, der von Weimar aus heranmarschierte. Diese Linie wurde ausgedehnt, um die Franzosen, die andauernd Nachschub erhielten und dadurch mit Überflügelung drohten, im Dorf einzukreisen. Die Frontlinie riss angesichts der starken Verluste durch den Dauerbeschuss ohne Deckung beim Angriffe der immer stärker werdenden französischen Infanterie auseinander, woraufhin Hohenlohe den Rückzug befehlen musste, der aber als die Kavallerie unter Murat Angriff zu einer panischen Flucht führte. Das Chor Rüchels, das gegen 13 Uhr auf dem Schlachtfeld eintraf, konnte noch einmal Schlimmeres abwenden, obwohl auch er bei Kapellendorf empfindliche Verluste erlitt. Rüchels selbst wurden bei dem letzten Angriff altpreußischer Infanterie östlich Kapellendorfs schwer verwundet. Insgesamt wurden ca. 10.000 preußische und sächsische Soldaten getötet oder verwundet und weitere 10.000 gefangen genommen. Die Franzosen hingegen hatten nur etwa 7.500 Tote oder Verwundete zu verzeichnen. 15 Kilometer weiter nördlich kämpften unterdessen 27.300 Franzosen unter Marschall der Vaut gegen ca. 49.800 Preußen unter dem Herzog von Braunschweig. Die Schlacht bei Auerstedt Die preußische Kavallerie war in der Schlacht bei Auerstedt 8.800 Reiter stark, die französische hingegen nur 1300. Außerdem verfügten die Preußen über 230, die Franzosen dagegen nur über 44 Kanonen. Allerdings waren die Befehlshaber beider Seiten über die gegnerische Stärke im Unklaren. Das Schlachtfeld war mit unerwartet dichtem Nebel verschleiert. Das preußische Heer war durch das Überqueren der Ilm über die einzige Brücke in lange Reihen auseinandergezogen. Die Franzosen trafen somit bei Hassenhausen zuerst auf die Vorhut. Französische Truppen eroberten das Dorf Hassenhausen, während preußische Truppenverbände um ca. 9 Uhr die Franzosen nördlich der Chaussee nach Kösen angriffen. Der V-Out befahl seinem 21. Infanterieregiment die Stellungen in Hassenhausen und dem 12. Regiment seinen linken Flügel zu verstärken. Kurz danach wurde der Herzog von Braunschweig am Kopf getroffen, woraufhin er sein Augen nicht verlor. Da kein neuer Oberbefehlshaber ernannt wurde, um den Herzog zu ersetzen, gab es auf preußischer Seite keine einheitliche Kampfführung mehr. Jeder Offizier blieb sich in taktischen Fragen selbst überlassen, was man im preußischen Heer nie geübt hatte. Nach weiteren Kämpfen ordnete Preußens König Friedrich Wilhelm III. am Nachmittag schließlich den Rückzug an. Er hatte erst gar nicht versucht, die stattliche Reserve unter Kalkreuth, darunter die Garde-Kavallerie, in die Kämpfe eingreifen zu lassen. Der Rückzug verlief, anders als bei jener, zunächst geordnet, wenn auch führerlos. Bald entstand jedoch ein heilloses Durcheinander mit den Ausrichtungen jener nach Erfurt flüchtenden Truppen. 10.000 Preußen wurden getötet oder verwundet, 3.000 gerieten in Gefangenschaft. Die Franzosen hatten 7.420 Soldaten verloren. Die Hauptursache ist in der Unentschlossenheit Friedrich Wilhelms III. und des Herzogs von Braunschweig zu sehen, die sich übervorsichtig und zaudernd gegenseitig die Verantwortung zuschoben und auf das Handeln des jeweils anderen vertrauten. Demgegenüber sind die Rivalitäten und Allüren der führenden Generäle Hohenor, Rüchel und Kalkreuth zweitrangig. Die Schlacht musste nicht zwangsläufig verloren gehen, wie Klausewitz analysierte. Napoleon war ein hohes Risiko eingegangen, als er seine Truppen spätabends einen Geländesporn rund um den Land Grafenberg besetzen ließ. Auf engem Raum drängten sich das Chor Lannes und die Garde. Ein entschlossener früher und massiver Angriff der preußisch-sächsischen Truppen hätte die zu diesem Zeitpunkt noch deutlich unterlegenen Franzosen wieder den Steilhang abwärts in das Straßengewirr von Jena gestürzt, wo nur unzureichende Rückzugsmöglichkeiten über zwei schmale Brücken über die Saale bestanden. Die Katastrophe wäre wohl unvermeidlich gewesen. Diesen Angriff hatte Hohenor bereits vorbereitet und erließ ihn aber, als im Moment des Angriffs Massenbach aus dem Hauptquartier mit dem Befehl zurückkam, Kampfhandlungen zu vermeiden. Napoleon hatte jedoch die preußische Unentschlossenheit richtig eingeschätzt. Er im Gegenteil griff stets entschlossen und energisch an und koordinierte effektiv seine Armeekorps, die unter dem Befehl relativ junger Kriegs erfahrener Marschelle standen, mit Selbstständigkeit, Verantwortung und Engagement, das genaue Gegenteil der preußischen Generalität. Nachwirkungen Die Niederlagen waren zwar bitter für die preußisch-sächsische Armee, doch sie allein führten noch nicht zu einer Katastrophe. Auf dem Rückzug hatte man versucht, die französischen Truppen im Norden zu umgehen und ihnen den Weg nach Berlin zu verlegen. Das misslang, da die französischen Korps schneller nach Norden vorstoßen konnten. Ein großer Teil der Truppe desertierte. Während dieses Rückzugs wurden die Soldaten von den französischen Truppen rücksichtslos verfolgt und zersprengt. Nur wenigen größeren Abteilungen gelangen geordnete Rückzüge, bei denen sich vor allem Blücher und Scharnhorst auszeichneten. Aber innerhalb weniger Wochen wurden sie noch westlich der Oder bei Halle, Prenzlau und Lübeck zur Kapitulation gezwungen. König Friedrich Wilhelm III. entkam samt Familie nach Ostpreußen und Napoleon zog am 27. Oktober als Sieger in Berlin ein. Ebenso kapitulierten in den Monaten Oktober und November die großen preußischen Festungen Erfurt, Spandau, Stettin, Küstrin, Magdeburg und Hameln kampflos. Nachdem der König am 1. Dezember im Ortelsburger Publikandum die Erschießung eines jeden Kommandanten angekündigt hatte, der seine Festung nicht mit den angestrengtesten Kräften bis aufs Äußerste behaupte, haben sich andere Festungen bis zur Erschöpfung aller Mittel gewährt. Bei Friedensschluss befanden sich noch Kohlberg, Glatz, Graudenz, Silberberg, Kosel und Pillau in preußischer Hand. Gegen die Kommandanten der kapitulierenden Festungen wurden Militärgerichtsverfahren eingeleitet, die mit zwei Todesurteilen endeten. In dem Fall Spandau wandelte der König es in Festungsarrest auf königliche Gnade um, und im Fall Küstrin konnte es wegen Desertion nicht vollstreckt werden. Mit den verbliebenen Resten und den Reservetruppen setzte Preußen den Kampf höstlich der Weichsel an der Seite der russischen Armee fort. Rüchel, inzwischen Gouverneur der Provinz Preußen, half gemeinsam mit Hadenberg von Königsberg aus, den Nachschub für die russische und preußische Armee zu organisieren. Die Preußen erzielten unter General Lesto C.Q. sogar örtliche Erfolge, wie Z.B. in der Schlacht bei Heilsberg. Erst nach weiteren blutigen Schlachten wurde der Krieg schließlich beendet, während die russische Armee unter General Levin August von Bennigsen im Verbund mit dem preußischen Hilfskor unter Lesto C.Q. die Grande Armee in der Schlacht bei preußisch Eilau erstmals an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Unter Group Bennigsen's Niederlage in der Schlacht bei Friedland sowie die anschließende Besetzung von Königsberg den Kriegswillen des Zaren. Als Napoleon am 21. Juni 1807 einen Waffenstillstand mit Russland schloss, hatte er, bis auf Großbritannien, Schweden und das Osmanische Reich, sämtliche europäische Staaten erobert oder mit Verträgen an sich gebunden. Nur wenige Wochen später kam es am 7. Juli zum Frieden von Tilsit zwischen Frankreich und Russland, in dem festgelegt wurde, dass Preußen die Hälfte seines Staatsgebietes abtreten musste, aber erhalten blieb. Preußen blieb zwei Tage darauf keine Wahl und es unterzeichnete ebenfalls ein entsprechendes Friedensabkommen. Napoleon setzte zudem die Entlassung von Hardenberg und Rüchel durch. Im Königsberger Folgeabkommen vom 12. Juli 1807 verpflichtete sich Frankreich, seine Truppen aus Preußen Zug um Zug entsprechend der Abgeltung dennoch festzusetzen, den Kriegskontribution zurückzuziehen. Die Höhe der Kriegskontribution wurde von Napoleon erst am 8. September 1808 in der Pariser Konvention festgelegt. Nach diesem Abkommen sollten bis zur Zahlung von 120 Millionen Fros in den preußischen Festungen Stettin, Küstrin und Glogau französische Garnisonen verbleiben. Das preußische Herr auf 42.000 Mann reduziert werden und jede Art von Miliz oder Reserve verboten sein. Frankreich verpflichtete sich Preußen bis auf die Festungen innerhalb von 40 Tagen zu räumen. Die katastrophale Niederlage machte Preußen den Weg frei für weitgreifende Reformen im Gemeindeverfassungs- und Gewerberecht, Agrar-, Militär- und Bildungswesen. Diese trugen dazu bei, dass Preußen 1813 wieder in der Lage war, gegen Napoleon zu kämpfen. Nach dem Wiener Kongress 1814 wurde Preußen wieder eine Großmacht in Europa. Die europäische Geschichtswissenschaft setzt die Epochen-Zäsur zwischen neuere und neueste Geschichte auf. Das Jahr 1789 für Preußen im Speziellen ist diese Epochen-Zäsur im Jahr der Schlacht von Jena und Auerstedt zu sehen.